Das vierte Jahr beginnt. Es ist Zeit für einen Wandel. Während Harry an seine Grenzen stößt, geht das magische Konzerterlebnis weiter. Lass dich verzaubern, wenn ein Live-Orchester Patrick Doyles unvergessliche Musik spielt, während der komplette Film auf der Leinwand zu sehen ist. Ein magisches Konzerterlebnis. Harry Potter und der Feuerkelch im Konzert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017